Hallo, ich bin Carmen. Bei Rübogas aus der Ballonabteilung möchten wir euch folgendes neu vorstellen. Heute haben wir Verpackungsballons im Angebot diesen Monat und die kann man individuell befüllen. Entweder zur Hochzeit, zum Geburtstag, zur Taufe oder ganz allgemein, um mal Danke sagen zu können. Individuell können die mit Ballons gefüllt werden oder auch mit Teddybären oder auch Stramblau. Mit Geldscheinen kann man natürlich auch arbeiten. Gerne sind die vorbereitet, entweder Origami gefaltet oder halt eben lose. Wenn das gar nicht funktioniert ihrerseits, können wir das auch gerne für sie übernehmen. Weiters kann man oben den Ballon auch noch mal individuell gestalten, indem man oben Heliumballons einfach drauf arbeitet. Entweder passend zum Thema oder Zahlen oder halt eben was lustiges, was da ist. Oder ganz neutral mit einfachen Gummiballons, Latexballons, die wir da haben. Also wir haben zum Geburtstag haben wir verschiedene Schriftzüge da, zwei verschiedene Schriftzüge, beide in weiß. Dann habe ich den Geburtstagsballon auch noch mal im blau da oder in einem grünlichen Ton oder in rosa Ton. Dann habe ich neutrale Ballons mit Herzen drauf oder mit Sterne drauf oder halt eben der Hochzeitsballon oder ganz ohne Aufschrift. Blanko.